zusammen und dann geht es mir der nächsten christ mal weiter jenseits der schneewüste wir spielen wir mal durch müssen zuerst mal ins museum hier worten schon länger nicht mehr und ja mal schauen wie lange ich brauchen werde so 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 Oh, was ist dieses Gadget? Dieses Monitor und dieses Keyboard. Ist es ein Automaton Remote Control Terminal? Hier ist ein Stück von Papier. Es sagt... Pena Sergeyevna. Ist das der Chefs? Das ist so familiar. Das sind alles Relic, Sis. Bitte nicht sie. Was ist das? Was ist das, wenn du etwas verletzt? Oh, wir waren gerade auf dich. Lange Zeit nicht zu sehen. Ich wollte darüber sprechen, in unserer Chatgruppe. Aber Sis wird es nicht. Entschuldigung, du musst hier rausgehen. Ich wollte dich über unsere kleinen Links sprechen. Also, du kennst sie? Das macht es einfach. Sie hat gerade aus einer Forschung auf die Schneeplänen. Aber sie sieht wirklich aus. Sie hat sich über etwas Angst. Und sie wird uns nicht erzählen, was passiert ist. Wir sind wirklich Angst und wollen helfen. Aber wir wissen nicht woher zu beginnen. Die letzte Mal, ich sie sah, sie war vorbereiteten, zu treffen jemanden auf den Schneeplänen. Sie hat sogar gefragt, für ein Stöve Set von mir. Aber egal, wie ich und ich gefragt und probierte, Links einfach nicht zu erzählen, zu uns, wer sie war zu treffen. Such eine Verlustinung von einer Freundin. Also, das ist das, dass wir Jepard und ich diese Idee gekommen sind. Wir möchten Sie, uns zu helfen, zu finden, was passiert. Eine weitere Sache. Nicht, dass sie dich herausfinden. Otherwise, sie wird wahrscheinlich getötet mit uns. Danke. Wir haben Angst, über sie zu sehen. Sie ist oft zu machen, allein in den Schneeplänen. Wir haben immer glaubt, sie kann sich selbst schützen. Aber das ist anders. Ich bin froh, sie könnte sich zu schlechten Menschen Oh, genau. Wenn Sie zu finden, Links, Sie müssen wissen, wie sie sieht. Don't worry, sie schützt. Sie ist eine, wie wir uns, und, ähm, sehr schön. Ja, kein Thema. Ja. Dann legen wir mal los. Dann legen wir mal los. Dann legen wir mal los. Dann gehen wir mal los. Dann legen wir hier us. Dann gehen wir mal los. Oh, mal sehen, was jetzt passiert, ne? This snow is supposed to get heavier later in the day. Have you got enough warm clothes? Yep, I brought everything you told me to, all thanks to your camping guide. Speaking of which, according to the guide, the first thing you need to do is find a good place to set up camp. Right? Flat, dry, sheltered, facing the sun, high elevation. Oh, du erinnerst all das? Ich habe nichts mehr von dir erwartet. Aber es wird schwer finden, einen Ort zu finden, der mit diesen Kriterien befindet. Wir werden einfach weiterentwickeln und sehen. Der Ort muss auch sehr便宜ig sein, um uns zu sehen, die Aurora zu sehen. Danke, Linksy. Ich lasse es dir, dann. Ich stehe gleich hinter dir. Bled, dry, sheltered. Facing the sun by elevation. Und wir müssen die Aurora beobachten. Das ist sehr schwierig. Diese Slope hat eine gute Sicht. Es wird leicht zu sehen, die Aurora zu sehen. Ich hab's mir direkt noch gefragt. Was ist mit mir? Warum auch immer ich das jetzt gemacht habe? Fragt mir nicht. Weißt du nicht. Genau. Bled, dry, sheltered. Facing... Hmm, in this area is sheltered and facing the sun, plus it's flat ground, but... Oh, there are cliffs all around. I will be in trouble if there's a landslide or a rock ball. Oh, I remember a good place that's not too far from here. Follow me. Huh? Okay. Hmm. We're going to see. Let's go ahead. Oh, no. Linky, are you sure this is the place? Hmm, yep. This is the path to Kandor Valley. There are low cliffs on both sides, but I cleared all the monsters here a while ago, so it should be safe and sound. Also, the mountain wind during the season usually comes from the north, which is another reason why we couldn't camp on that previous slope. Ah, these two hills can block the snowplanes scales for us. Hmm. I never even noticed. Huh. Camping is a complicated science. Huh. Well, not really, but the environment outside of Bellabog is very tough. If the weather here was as good as inside the city, well, then we could have camped anywhere. That's true. I hope that becomes a reality one day. Hmm. Only problem is, the view here isn't great. Are you sure we'll be able to watch the aurora? Heh heh. Don't worry about that for now. Let's get the tent ready, then go find our dinner. Sure. I can have one with the tent. I memorized that section in the camping guide. Okay. Then I'll go set up the stove. Oh, if you have any questions, just ask me. Oh? Oh, why isn't the heater working? Oh. So. Oh. 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 Oh, exactly. Oh. 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 Yeah. Oh. Oh. Ich habe den Geist, aber den Tent ist noch wunderschön. Ich habe einen Check. Green Polen, Check. Rubben Polen, Check. Oops, Check. Ah, die Pigs! Die Pigs! Ich habe vergessen, die Pigs zu schnauern braucht. Ich habe es. Es ist definitiv besser, jetzt. Schön, Linsie. Es ist dein Kind. Meine Aufmerksamkeit. Ich habe eine Frage, auch. Kannst du schauen auf dieses Stove? Ich glaube, es ist broken. Oh, sicher. Ich habe einen Blick. Hm. Die Geomero-Aktivation von Geomero-Aktivation hat wahrscheinlich nicht zu arbeiten. Hast du eine Spare? Nein. Oh. Serval sagte mir, dass es eine neue Stove ist. Hm. Ich habe den falschen Stove? Das bedeutet, dass wir einen Feuer mit Geomero-Aktivation haben? Ich habe diese Stove speziell aus dem Serval. Oh man. Wir gehen hier einfach mal campen mit... ... ... ... ... ... ... ... ... ... in that case be careful i didn't find any components but i got this i don't know if we can still eat it it's edible really it's all thanks to the eternal freeze we can eat raw fish from 700 years ago 700 mhm da l das ist immer noch kein alter Fisch den futtern wir erstmal gleich ach ja so in the Das ist gut. Ja doch genug Futa dabei Ja Let me have a try I found something Is this a radish? Ah, yep, that's a snow radish They're really sweet and tasty Uh, uh Actually, no This is a hibernating snow radish rabbit Huh? This is a rabbit? Yep, they look really similar to snow radishes Their ears look like the leaves and their body looks like the radish bit When they hibernate they cover themselves with dirt just like real radishes I see In that case Please tell me we can put it back Yeah It's better for the snowplanes ecosystem Okay